So meine lieben Freunde und natürlich auch Freundinnen, ja es ist Sonntag, ich wünsche euch natürlich einen schönen Sonntag, neues Video, ich habe es euch ja versprochen und jetzt gibt es endlich das Video zum Gewinnspiel. Ich sage euch endlich, wann ist das Gewinnspiel, was gibt es zu gewinnen, wobei ich sagen möchte, ich möchte es eigentlich gar nicht Gewinnspiel nennen, natürlich ist es ein Gewinnspiel, weil ich nicht jedem was schenken kann, aber Gewinnspiel ist relativ negativ konnotiert, man denkt dann immer nur direkt dran, ja der will wieder nur seine Follower boosten oder hier noch ein paar Kommentare abgreifen oder noch mehr Reichweite, das will ich ja gar nicht, ich will das ja am liebsten nur unter denen verteilen, die schon lange eben dabei sind und gar nicht neue durch dieses Gewinnspiel generieren. Es ist eigentlich vielmehr ein Dankeschön von mir an euch, dass ihr mich so krass in einem Jahr YouTube und Twitch unterstützt habt, dass wir so eine geile aktive Community sind und da freue ich mich quasi zu unboxen oder zu antüten, an baggen, was ich denn Schönes für euch vorbereitet habe. Ja, das gibt es auf jeden Fall hier in diesem Video, dann geht es noch um die Aussagen von Felix Magath bei der PK nach dem Spiel in Bielefeld auf der Alm in der Schüko Arena, wie auch immer man es nennen will. Es geht um die Aussagen von Felix Magath, der in alter Bayern-Manier gegen die Bayern gestichelt hat. Ich muss sagen, das war fast schon so Uli Hoeneß-like, das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut, diese Psychospielchen. So einen Trainer von so einem Format hatten wir leider über die vergangenen Jahrzehnte nie. Finde ich sehr, sehr gut. Nagelsmanns Antwort ließ natürlich nicht lange auf sich warten und auch heute hat Magath schon wieder nachgelegt, denn es sind einige News aufgekommen, die auch uns nicht freuen dürften. Also es geht nochmal so ein bisschen um den nächsten Spieltag. Wir sollten tunlichst gegen Mainz gewinnen. Ich gehe darauf noch ein bisschen genauer ein. Auch Mathe Ratzau hat sich mittlerweile zu den Aussagen von Magath geäußert. Und es geht um unser Top-Tailant Noel Aseko Nkili, der im Moment, gerade jetzt in diesem Moment, im Halbfinal-Rückspiel der Youth-Bundesliga, der B-Jugend-Bundesliga, der U-17-Bundesliga, gegen den VfB Stuttgart im Rückspiel steht. Und dort steht es jetzt gerade 0 zu 0. Hinspiel hatte man leider mit 0 zu 1 verloren. Wir drücken da ganz doll die Daumen des Hertha, das im Rückspiel jetzt eben noch drehen kann. Noel Aseko Nkili ist eben von vielen anderen Vereinen umworben. Falls euch diese Themen interessieren, sorry, bleibt gerne dran. Und dann anfangen würde ich ganz gerne mit der Magath-PK. Ja, gestern nach dem Spiel wurde Magath gefragt, wie er das denn jetzt so sieht. Die Ausgangslage ist ja jetzt nicht schlechter als vor dem Spiel, tendenziell ein bisschen besser, weil wir weiterhin vier Punkte Vorsprung haben, aber es nur noch zwei Spiele zu gehen sind. Magath, ey, der ist wirklich ein Profi durch und durch. Ihr braucht nicht denken, er schmeißt sowas einfach im Raum. Der denkt sich bei seinen Aussagen immer was. Der denkt sich immer was und weiß genau, welche Wirkung diese Aussagen haben. Sagte einfach ganz eiskalt, naja, ich habe am Anfang gesagt, ich gehe davon aus, dass wir es schaffen in die Relegation gegen den HSV und davon bin ich auch immer noch überzeugt. Also um so ein bisschen den Druck wieder von der Mannschaft zu nehmen. Relegation ist nicht fix, aber so gut wie sicher, weil Bielefeld müsste beide Spiele gewinnen und wir beide Spiele verlieren und dürften keinen Punkt mehr holen. Hingegen ist eben, dass wir sicher in der Liga bleiben, nicht so sicher, wie man meinen könnte, wenn man sich die Restprogramme eben anschaut. Also von daher sehr, sehr clever von ihm geantwortet. Wir gehen gleich nochmal darauf ein, warum eben Platz 15 immer noch schwierig ist, obwohl wir vier Punkte Vorsprung haben, kann da leider noch alles passieren. Und ich muss da ein bisschen so meinen gestrigen, ja, ich will jetzt nicht meine positive Art wieder einholen, dieses, ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen, aber ich will es ein bisschen relativieren. Ich sage euch auch gleich, warum. Dann wurde ja nochmal darauf angesprochen, ich meine, wir hatten den Matchball ja auf dem Fuß, auf dem Spielfeld zum 2-0, als der eingewechselte Bundesliga-Debütant Wollschläger und Mitty aufs Tor zugerannt sind und meines Erachtens nach dann schon Mitty direkt hätte abschießen müssen, aber eben ein guter Schimmer hätte den vielleicht auch besser abgelegt oder auch gar nicht abgelegt. Da war die Frage an Felix Maggert, Wollschläger, ja, stand wohl 10 Minuten, nachdem alle Spieler schon wieder drin waren, immer noch auf dem Feld und hat immer mit seiner Faust auf den Boden geklopft und sich an den Kopf gefasst, weil er eben so enttäuscht von sich selber war, dass er diese Chance nicht besser verwertet hat. Und da war die Frage eben, wie man so einen Typen aufmuntert, der so bedröppelt ist. Und da sagte Maggert, ich wüsste gar nicht, warum der bedröppelt sein soll. Er hat aus seiner Sicht alles richtig gemacht, den Ball sogar nochmal super quergelegt und er verstehe die Entscheidung nicht, wie man als Bundesliga-Profi auf die Idee komme, den Ball dann nochmal querzulegen. Also das war schon ganz schön hart gegen Maxi, gegen unseren Mitty, sorry, jetzt sage ich selber schon Maxi, gegen Mitty. Ja, und natürlich sind auch einige mega sauer auf ihn, ich natürlich auch, weil sowas muss ein Bundesliga-Spieler einfach ohne Bayern-Name reinmachen, auch wenn der Ball nicht perfekt war. Aber jetzt kopfhoch, Mitty hat sowieso unter Maggert gefühlt einen sehr, sehr schweren Stand, meines Erachtens nach, und das wird natürlich sein Selbstvertrauen nicht fördern, wenn wir jetzt alle auf ihn einhacken. Wir haben jetzt noch zwei Spiele, was bringt es jetzt da, rumzumeckern? Ich bin auch nicht zufrieden, dass er den nochmal gespielt hat und nicht einfach eiskalt reingemacht hat. Aber wir müssen ihm lieber, der hat es ja auch nicht mit Absicht gemacht, wir müssen ihn lieber in seinem Vertrauen stärken, weil er wird bestimmt nochmal eine Rolle spielen in den nächsten zwei Spielen und es bringt nichts, wenn er dann, der wird zwar unsichert genug sein. Also das könnt ihr mir glauben, da bringen jetzt irgendwelche Hassnachrichten auch nichts. Ich war nach dem Spiel auch extrem sauer, aber das schwindet ja mit der Zeit auch immer. Ja, auf jeden Fall hat aber Maggert die ganze Last eben von Wollschläger quasi auf Mitty gelenkt. Das war schon ziemlich heftig, aber so ehrlich ist Maggert dann eben auch. Ja, und nach dem Spiel schoss Maggert auch, wie gesagt, in alter Bayern-Manier, so wie es Bayern früher immer im Meisterschaftskampf mit Bremen gemacht hat, als ich früher Fußball angefangen habe zu gucken. Diese psychologischen Tricks von Uli Hoeneß dann immer ein bisschen zu schießen, um die ein bisschen zu verunsichern. Maggert sagte nach dem Interview über die Bayern, FC Bayern ist ja anscheinend schon Meister, ist ja schon Meister, ich weiß nicht, ob die das Spielen in der Bundesliga mittlerweile eingestellt haben. Er sagte dann auch, ich habe das Spiel zwar noch nicht gesehen, aber das Ergebnis spricht ja eine deutliche Sprache. Und ich wusste von Anfang an, als er das gesagt hat, ich habe es ja auch geteilt bei Instagram, dieses Interview, ich meinte, ey, so cleverer Schachzug, weil Bayern hat wirklich 4-1 verloren in Mainz. Und man hat jetzt natürlich Angst, dass die schleifen lassen. Und nächste Woche spielen sie zu Hause gegen Stuttgart. Und ja, dann spielt man halt mal nur unentschieden. Oder man verliert mal das letzte Spiel. Es geht ja eh um nichts mehr. Man kann dann schön die Meisterschaft feiern, egal ob man verloren oder gewonnen hat. Und das wäre für uns natürlich tödlich, weil wir ja alle damit gerechnet haben, dass Stuttgart eben nicht die letzten beiden Spiele gegen Bayern und Köln gewinnen kann. Mittlerweile muss man fast sagen, ich glaube dann fast eher daran, dass sie das Spiel gegen Köln nicht gewinnen, als das Spiel beim FC Bayern. Weil Köln halt unbedingt noch in die Europa League will und gerade auch einen fantastischen Fußball spielt. Und der FC Bayern sich ja völlig schleifen lässt. Von daher clever, das nochmal zu kitzeln und nochmal so in der Öffentlichkeit das wahrzumachen. Ja, wollen die Bayern jetzt wirklich Wettbewerbsverzerrung betreiben? Also da ist er schon unterschwellig, sehr, sehr gut psychologisch unterwegs, um die Bayern eben richtig zu kitzeln. Es gibt natürlich auch Spieler, die juckt das gar nicht. Aber gerade so eine Spieler wie Joshua Kimmich oder so, die sind natürlich richtig sauer. Und die wollen sich sowas auf jeden Fall nicht nachsagen lassen. Ich kann mir auch vorstellen, Goretzka oder Neuer, die sagen auch, also sowas lasse ich mir doch hier nicht sagen, dass ich hier noch für Wettbewerbsverzerrung sorge. Nagelsmann hat darauf ziemlich dünnhäutig reagiert. Der war aber generell gestern ziemlich dünnhäutig, was ja verständlich ist, weil er total angepisst war, dass Bayern schon wieder so eine fette Niederlage kassiert hat mit 1 zu 3. Sehr clever von ihm, würde er nicht uneigennützig gemacht haben. Ich rede mit ihm ja auch nicht über Hertha. Also das fand ich schon so, war ein bisschen Bernie-mäßig. Ja, so ungefähr so, bleib bei deinem Verein. Aber ich verstehe natürlich, dass er da sauer reagiert, weil er eben auch genau weiß, was Magath mit diesen Aussagen bezwecken will. Und Pellegrino Materazzo, also unser direkter Konkurrent um den Relegationsplatz oder eben den direkten Klassenerhalt, war heute bei die Lage der Liga XXL, dieses Bild-Format, wurde auch auf die Aussage angesprochen und sagte nochmal, so wie er Magath kennengelernt hat, sagt Magath nichts. Nichts, aber auch nichts in der Öffentlichkeit unbewusst. Und so schätze ich ihn auch ein. Wir haben ja schon sehr, sehr viel, oder ich habe ja schon sehr, sehr viele Videos gemacht, wo ich ein bisschen über seine Aussagen interpretiert habe, bei den Pressekonferenzen zum Beispiel, als er nach den Spielen gegen Union und Leverkusen alles schön geredet hat, psychologisch gesehen, und nach dem Spiel gegen Augsburg und Stuttgart relativ kritisch war, obwohl wir alle auf Wolke 7 geschwebt haben. Also der ist Medienprofi durch und durch, der ist Trainerprofi, der ist wirklich ein Format, das hatten wir, glaube ich, selten bei Hertha. Und gerade wenn ich sowas merke, muss ich sagen, fände ich es eigentlich schon cool, wenn er dem Verein irgendwie erhalten bleibt, auch wenn ich es, wie gesagt, ich habe ja ein Video darüber gemacht, auch wenn ich es nicht glaube, auch wenn ich als unrealistisch erachte, alleine im Zusammenspiel mit Bobic. Aber ich finde wirklich, er hat ein Format, was Hertha auf jeden Fall gut tun würde und eine abgezockt hätte. Ich weiß, viele kritisieren ihn für die Einwechslung von Wolschläger, aber nochmal, es ist müßig, darüber zu reden, ob Belfodir in diese Situation gekommen wäre. Klar hätte er ihn wahrscheinlich, wenn er aufs Tor so zugerannt wäre, aufs Tor selber geschossen, da bin ich mir auch sicher. Aber ey, wir wollen ja auch immer, dass er Jungen eine Chance gibt. Und Wolschläger hat sonst wirklich gut gespielt. Also er hat sich die Chance ja auch super erarbeitet. Und ja, da ist auch 50-50. Ich habe mir die Kommentare unter den Videos durchgelesen im letzten Spiel. Manche sagen, Wolschläger ist schuld, manche sagen, Mitti ist schuld. Es ist ja egal, es ist passiert. Es ist eine Millisekundenentscheidung. Jeder macht mal so einen Fehler. Sollte halt nicht so oft passieren und ist für uns vielleicht am Ende auch wirklich entscheidend. Das wäre natürlich katastrophal. Aber da würde ich jetzt nicht Magath kritisieren, wenn er ihn in dem Spiel besser gesehen hat, auch wenn ich es selber nicht so richtig nachvollziehen kann, warum er gewechselt hat. Der ist Profi durch und durch. Der wird schon wissen, was er da gemacht hat. Ja, also das waren die Aussagen. Und jetzt heute kam dann raus, oder was heißt kam raus, gab es einen Twitter-Post, dass die Bayern-Mannschaft einfach bis Dienstag trainingsfrei hat und einfach mal allesamt nach Ibiza geflogen sind. Schön nach einer 1-3-Niederlage in Mainz. Schön alle nach Ibiza geflogen werden, sie sich alle schön richtig die Kante geben. Und ab Mittwoch ist dann wieder Training vor dem Spiel gegen Stuttgart. Ey, ich hoffe wirklich, dass die, also eigentlich ist Bayern so gut, dass die auch halb betrunken noch gegen VfB zu Hause 2 zu 1 gewinnen können. Aber wenn der VfB wirklich alles gibt, ich habe wirklich Angst, dass die da unentschieden spielen oder sogar gewinnen. Also wir sollten uns auf gar keinen Fall darauf ausruhen. Bayern fliegt einfach mitten in der Saison nach Ibiza. Ey, wir müssen unbedingt Leute, auch Appell an alle Hertha-Spieler, wir müssen das Spiel unbedingt auf Sieg spielen gegen Mainz, weil gegen Dortmund wird es nicht einfacher. Und sich darauf zu verlassen, dass Stuttgart nochmal stolpert, um deshalb in der Liga zu bleiben, das wäre mit ganz, 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 ganz zu dünnes Eis. Die Mainzer hat zu Hause jetzt gerade Bayern geschlagen. Man muss auch sagen, also wir spielen ja dann gegen Mainz, die gerade gegen Bayern gewonnen haben. Das kann eigentlich ein Vorteil sein. Normalerweise in einem normalen Saisonverlauf sagt man, ja, die Mainzer haben jetzt gerade gegen Bayern gewonnen, dann verlieren sie gegen uns. Das ist ja meistens so, dass der Bayern-Bezwinger das nächste Spiel dann, ja, schon ziemlich in die Röhre schaut. Und die Bayern wiederum verlieren eigentlich keine zwei Spiele in Folge. Erst recht nicht, wenn das Heimspiel danach ist. Erst recht nicht, wenn sie drei Buden kassiert haben, dann schießen sie den nächsten Gegner ab. Aber da eben die Liga vorbei ist, Mainz hat keinen Druck mehr, ja. Mainz hat gar keinen Druck mehr, die spielen einfach aus Spaß. Bayern hat gar keinen Druck mehr, kann eben alles passieren. Eigentlich kann man auch sagen, Mainz mega auswärts schwach. Das könnte unsere Stärke sein. Wir haben ja unter anderem auch in Wolfsburg 5 zu 0 verloren, natürlich auch wegen einer roten Karte. Aber trotzdem, ey, wenn ihr euch das Spiel, ich habe das Spiel nur in der Zusammenfassung gesehen. Ich habe ja erst nur das Ergebnis gesehen, 3-1. Aber ey, wenn ihr euch die Zusammenfassung anseht, ich weiß nicht, was da weggelassen wurde, aber der hätte Mainz ja locker 6-7-1 gewinnen können. Allein diese ganzen Aluminium-Treffer, die Mainz hatte. Also da wird mir nächste Woche zum einen Angst und Bange, wenn wir gegen Mainz spielen, weil wir ja auch schon 4-0 die Saison gegen die untergegangen sind. Natürlich bei denen im Stadion, da sind sie auch sehr, sehr stark. Andersrum wird mir Angst und Bange, wie der FC Bayern nach dem Ibiza-Urlaub dann gegen Stuttgart spielen soll, wenn es wirklich um gar nichts mehr geht und die nur noch die Meisterfeier im Kopf haben. Also ich bin, ja, ich bin nicht sehr begeistert natürlich von diesem Urlaub. Magath hat sich heute auch schon zu diesem Ibiza-Urlaub übrigens geäußert und sagte dazu, ich habe das gerade gelesen, was soll ich dazu sagen, die englischen Mannschaften machen das wohl auch immer so, aber da ist es gang und gäbe, aber da liefern die Mannschaften dann trotzdem eben auch ab. Und das nochmal als kleiner Stich gegen die Bayern, dass sie gegen Mainz dann eben 1-3 verlieren. Er sagte außerdem, dass es unter ihm sowas nicht geben würde, dass man nur, wenn man Meister geworden ist, mitten in der Saison einfach mal einen Kurzurlaub, einen Kurzparty-Trip nach Ibiza bucht als Mannschaft. Das würde unter ihm überhaupt nicht gehen. Also es bleibt spannend. Ich kann es nur nochmal sagen, so positiv, wie ich gestern war. Ich habe langsam wirklich Angst, als ich gestern das Video gemacht habe, habe ich die Zusammenfassung ja noch nicht gesehen von Bayern gegen Mainz oder Mainz gegen Bayern. Ich habe wirklich Angst. Also wir sollten wirklich versuchen, das Spiel irgendwie zu gewinnen, weil dann sind wir durch. Wir haben es in der eigenen Hand, gegen Dortmund zu gewinnen. Dortmund ist die größte Wundertüte überhaupt. Also da auf Sieg zu spielen, am letzten Spiel im Signal Iduna Park, also Prost-Mahlzeit. Dann versucht lieber auf Sieg zu spielen. Tordefrenz ist eh egal. Versucht auf Sieg zu spielen gegen Mainz. Und wir werden ja sehen, wenn es zwischenzeitlich 3-0 für die Bayern steht, dann ist eh alles egal. Aber ey, das könnte ein Ritt auf der Rasierklinge werden, weil da gibt es so viele Konstellationen. Morgen machen wir wieder einen Stream um 21.30 Uhr. Ich freue mich sehr auf euch. Der legendäre Montag-Stream, der wird morgen auch wieder ein bisschen länger gehen. Und da werden wir nochmal uns den Tabellenrechner zu Gemüte führen und tippen und gucken, ja, was passiert denn bei welchen Konstellationen. Also es wird spannender, als es hätte sein müssen. Gestern dachte ich zwischenzeitlich schon, wir haben wieder mal den Nicht-Abstieg geschafft. Und jetzt sieht es doch enger aus, als man denken könnte, wenn man sich das Restprogramm anschaut. Ich habe noch nie so sehr in FC Köln-Bettwäsche geschlafen wie die letzten Tage. Ja, komm, dann gehen wir nochmal auf das Talent ein. Noel, Aseko und Kili. 16 Jahre jung, umworben von zahlreichen guten Jugendmannschaften. Wie gesagt, jetzt haben wir gerade die 35. Minute, steht immer noch 0 zu 0 bei Hertha gegen den VfB. U17 Halbfinale, Bundesliga-Juniorenmeisterschaft. Und Noel, Aseko und Kili ist wohl einer der besten Spieler der gesamten Staffel. Defensiver-Mittelfeldspieler. 16 Spiele diese Saison gemacht, 8 Assists gegeben, kein Tor geschossen, durfte sogar einmal schon für die U19 bei Hertha ran und hat auch schon für die U17 deutsche Nationalmannschaft 11 Spiele absolviert. Das ruft natürlich Interessenten auf, gerade seine Vorlagengeberqualitäten. In der Bild-Zeitung wurde er mit einem früheren Nationalspieler Frankreichs verglichen, und zwar mit Claude Mackelele, auch Defensiver-Mittelfeldspieler. Falls ihr den noch kennt, nicht gerade für das Tore schießen bekannt, aber ein super Abräumer. Hat unter anderem, also seine glorreichen Zeiten waren Real Madrid, und dann auch sehr, sehr lange beim FC Chelsea damals gespielt, mit Lampard unter anderem zusammen. Und dann auch am Ende, glaube ich, nochmal für Paris Saint-Germain, vorher auch für Marseille und so weiter. Auf jeden Fall eine richtige Legende gewesen. Jeder in meinem Alter kennt eigentlich Claude Mackelele. Und daran erinnert er, Interessenten sind wohl aufgerufen worden. Ja klar, der FC Bayern ist an ihm interessiert. Wie auch der FC oder Red Bull Salzburg. Ja, beide sehr interessiert. Salzburg auch immer eigentlich eine gute Wahl für Jugendspieler. Siehst ja, wer da alles herausgebracht wurde von Salzburg, haben eine super Jugendarbeit, sind natürlich vernetzt mit RB Leipzig und so weiter. Kannst du eigentlich nicht viel falsch machen, wenn du da als Jugendspieler hinwechselst und Leistung ablieferst? Ja, und bei uns hat er nur noch Vertrag bis 2023. Da wird es natürlich auch keine große Ablöse geben, wenn so ein Spieler wechselt. Das ist eine kleine Ausbildungsvergütung. Ich hoffe, wenn schon solche Vereine an ihm dran sind, dass Hertha alles tut, um ihn zu halten. Ich hoffe natürlich auch für den Spieler an sich, dass er nicht der nächste Mottiker wird, nicht der nächste Samacic und so weiter. Es gab viele Spieler, die früh tolle Angebote von tollen Klubs hatten. Wie gesagt, Samacic zu Leipzig konnte sich nicht durchsetzen, er spielt bei Udinese. Ich weiß nicht, ob das so eine Weiterentwicklung zu Hertha BSC ist. Mottiker, Riesentalent, war beim FC Bayern, konnte sich da nicht durchsetzen, ist jetzt nach Serbien zurück in seine Heimat gewechselt. Oder habe ich das richtig auf dem Kopf? Ich glaube, zu Belgrad ist er gewechselt. Ob das ein Sinan Kurt ist? Es gibt ja nicht nur bei Hertha genügend Beispiele. Damals in Vita Arp, der hatte sogar seine ersten Bundesligaspiele, ist dann früh zum FC Bayern. Klar, finanziell kann man sagen, haben die alles richtig gemacht, weil sie vielleicht schon relativ früh ausgesorgt hatten. Aber ob das für die Karriere das Beste ist, nicht nur von Hertha betrachtet jetzt. Klar, aus Hertha-Sicht kann man immer sagen, so wie wir mit Talenten umgehen, guckt euch jetzt Martin Dardai an. Oder guckt euch an, wie die Lotka behandelt haben. Beziehungsweise, dass sie gar nicht entdeckt haben, wie gut er ist. Natürlich kann es sein, dass er bei uns dann untergeht. Andersrum muss man auch sagen, es kommen schon relativ viele, weil eben unser Kader auch so schlecht ist. Und ich sehe da nächstes Jahr und die nächsten Jahre auch nicht so viel Verbesserung. Es kommen Jahr für Jahr auch mega viele Spieler aus der Jugend eben zum Zug. Jetzt ist wieder ein Wollschläger-Profi geworden, beziehungsweise hat sein erstes Bundesligaspiel gemacht. Ob das ein Eidsperger ist, ob das ein Gächter ist, ein Martin Dardai. Also wir bringen ja, jetzt auch ein Lotka, wir bringen ja die Spieler schon in die Position. Wir arbeiten dann eben falsch. Wir kriegen die nicht gehalten. Wir kriegen die nicht perfekt integriert, dass sie Stammspieler werden. Aber erst mal den Schritt zum Bundesliga-Profi zu machen, hast du bei Hertha eigentlich schon relativ gute Chancen. Und daher weiß ich gar nicht, ob ich ihm das so empfehlen würde. Ich weiß jetzt nicht, wie gut er ist. Mir haben schon viele geschrieben, bevor dieses Gerücht am Donnerstag oder Freitag aufkam, sie haben das U17-Hinspiel gesehen, wo wir in Stuttgart verloren haben. Und da meinten alle, ey, du musst dir mal diesen Noel Aseko angucken. Der ist so gut. Und genau am gleichen Abend kommt dann das Gerücht auf, dass der FC Bayern interessiert ist. Also schauen wir mal, was da passiert. Es gab wohl auch schon ein paar Twitter-Einträge, die gesagt haben, nee, ist alles dementiert, der bleibt bei Hertha. Ich würde mir natürlich, es gibt es bei jedem Verein. Es gibt bei jedem Verein diese Problematik, dass junge, mega-talentierte Spieler von besseren Vereinen abgeworben werden. Ich hoffe, dass es eben hier nicht der Fall ist. Wir geben ja wahrscheinlich schon, wie heißt der, Najar oder Nijar ab an Gladbach. Also direkt aus der Jugend. Und ich hoffe, dass Noel Aseko und Kili bei uns bleibt. So, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Vielleicht habt ihr Noel Aseko ja auch live gesehen auf Sky. Es läuft ja jetzt gerade auch live auf Sky. Ich habe bloß keine Zeit, mir das reinzuziehen, weil ich ja hier ein Video mache und auch ein bisschen Familienzeit am Sonntag verbringen will. Schreibt mir eure Meinung zu ihm in die Kommentare. So, und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel, beziehungsweise zu meinem Dankeschön an euch. Hier ist die Hertha-Tüte. Und ich habe keine Kosten und auch Mühen gescheut, um das zu organisieren. Und das war wirklich nicht sehr einfach. Und ich muss mich in allererster Linie bedanken, weil ich habe auch drei Trikots selber gekauft. Beim Fanshop im Europa-Center. Grüße gehen raus an das beste Team im Hertha-Fanshop. Unter anderem natürlich an Siad, meinem Bro und Suna. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr mir da auch kleine Rabatte geben konntet, weil ich ja auch Trikots selber geholt habe. Und vielen Dank an alle Beteiligten. Es wird natürlich dazu auch ein kurzes Video geben, wie ich die Trikots denn so bekommen habe. Aber was kann ich euch denn als erstes zeigen? Als erstes gibt es zu verlosen oder zu gewinnen. Oder nee, lasst uns mal anfangen. Wann ist denn die Verlosung? Die Verlosung findet Donnerstag auf Twitch statt. Und ich werde das unter allen, ich habe das ja oft genug angekündigt gehabt, folgt mir lieber auf Twitch. Das ist ein Dankeschön an die Twitch-Community. Ich kündige es aber bei YouTube an, weil bei YouTube es doch mehr sehen als, man ist ja nicht andauernd live auf Twitch. YouTube-Videos jedes zu gucken ist einfacher, als jede Minute bei Twitch zu sehen. Deswegen kündige ich es hier an. Aber wenn ich es bei YouTube verlose mit Zufallsgenerator, dann kriegt es am Ende irgendeiner, der nicht mal Abonnent ist oder der vielleicht Videos schaut, aber sich eigentlich gar nicht so wirklich für uns als Community interessiert. Bei Twitch trifft es schon die, die wirklich am engsten in der Community verwurzelt sind und am längsten. Deswegen werde ich das auch unter allen Followern verlosen, die schon länger als eine Woche folgen, damit man eben nicht reinkommt, nur weil man das Video hier gesehen hat. Es soll, wie gesagt, kein Gewinnspiel sein, wo ich mehr Follower durchgeneriere. Sonst würde ich ja das nicht sagen. Sonst würde ich sagen, folgt mir mal schnell noch, damit ihr teilnehmen könnt. Nee, im Gegenteil. Ich will, dass die, die schon lange da folgen und mit mir gerne Zeit verbringen und chatten mit mir und so weiter, das soll für die ein kleines Dankeschön sein. Und an alle, die nicht gewinnen oder jetzt nicht teilnehmen können, weil sie eben kein Twitch-Schein haben, seid doch nicht sauer. Es ist doch auch nicht Pflicht von mir, dass ich sowas zurückgebe. Also wie viele YouTuber, die mit so wenig Abonnenten das neben ihrem Hauptberuf machen, geben sich überhaupt so viel Mühe. Es soll ein Dankeschön von mir sein und ja, mehr nicht. Also ich glaube nicht, dass man da sauer sein muss, wenn man da jetzt dann nicht teilnehmen kann. Im Gegenteil. Ja, der Plan ist so, dass wir am Mittwoch um 20 Uhr streamen auf Twitch und das wird es dann verlosen. Jeder muss dann immer pro Auslosung, es wird fünf Verlosungen geben, muss fünf Kanalpunkte zur Verfügung haben. Das hat eigentlich jeder, der da zuguckt, weil die kriegt man automatisch, wenn man zuguckt, ohne dass man was bezahlen muss. Und dann muss man einfach nur Ausrufezeichen Gewinnspiel eintragen und dann sucht der Zufallsgenerator automatisch aus, wer das eben gewonnen hat. Und die Übergabe, sofern die Leute denn können, würde ich dann gerne beim Community-Treffen vor dem Spiel gegen Mainz machen. das Community-Treffen wird so gegen 12 Uhr sein. Wo das stattfinden wird, auch das im Twitch-Stream am Donnerstag um 20 Uhr. Ich glaube, ich werde das nicht gesondert auf YouTube nochmal ankündigen. Falls ihr am Donnerstag um 20 Uhr nicht im Stream dabei sein könnt, könnt ihr ja gerne euch dem Stream im Nachgang nochmal reinziehen, sofern ihr Abonnenten seid. Weil wenn ich das bei YouTube ankündige, weiß ich nicht, ob da vielleicht auch zu viele Leute kommen, die gar nicht aus der Community sind. Ich will ja auch einen positiven Vibe haben und nicht irgendwelche Leute dabei haben, die im schlechtesten Fall mich vielleicht auch gar nicht mögen oder uns nicht mögen. Also deswegen kündige ich es jetzt an. 20 Uhr auf Twitch kündige ich an, wo wir uns dann zum Community-Treffen treffen. Und jeder, der gewinnt, wenn er kommen kann, gebe ich es ihm gerne persönlich. Wenn er nicht kommen kann, schicke ich es ihm gerne zu. So beginnen wir mal mit dem ersten Teil, was man dann am Donnerstag gewinnen kann. Das habe ich gekauft und das ist das für mich schönste Hertha-Trikot diese Saison. Das ist das Auswärts-Jersey von Hertha BSC. Frisch gekauft, Größe XL, kann man also als klein und jung tragen, kann man sich auch aufhängen, wenn man das möchte. Hier ist auch noch der Code. Also wenn ich das bei Ebay entdecke, dann werdet ihr für immer gebannt bei Twitch. Das sage ich euch schon mal jetzt, weil ich werde mir ja merken, wer es gewinnt. Das Schöne an dem Trikot ist, hier hinten drauf, könnt ihr es vielleicht sehen oder könnt ihr es nicht sehen, auf der 3 ist eine Unterschrift von Marthorn Dardai mit drauf. Also ein Marthorn Dardai-Trikot mit seiner originalen Unterschrift. Vielen Dank an der Stelle nochmal an Marthorn, dass er das unterschrieben hat. Dazu habe ich auch noch einen Kurzclip gedreht. Es wird dann auch einen richtig geilen Stadion-Vlog geben, dank Hammer Graphics und einem Community-Treffen-Vlog. Also er wird den ganzen Tag begleiten, auch wenn ich diese Trikots übergebe. Und da schneiden wir dann auch nochmal rein, wie Marthorn das persönlich unterschrieben hat, damit ich hier euch keinen Schmarrn erzähle. Also Gewinn Nummer 1, ein Marthorn Dardai-Trikot mit Unterschrift. Gewinn Nummer 2. Auch da wieder vielen Dank an den Fanshop für den Rabatt. Auch hier wieder mit Bundesliga-Logo, also perfektes T-Shirt. Ist ein Heimtrikot. Oh, jetzt ist es so ungebügelt, müsste ich eigentlich nochmal bügeln. Ist das Heimtrikot von Hertha BSC, was ja trotzdem sehr schön ist. Auch hier Größe XL. Ja, auch das könnt ihr euch schön irgendwo hinhängen. Was ist da für ein Vlog drauf? Vlog oder Vlog? Vlog, der Vlog ist von unserer 25. Jordan, ich hoffe, der bleibt uns noch lange erhalten. Liebe Grüße gehen raus. Auch danke für dein nettes Erwähnen in deinem Twitch-Stream. Der hat nämlich auch mit Twitch angefangen. Könnt ihr gerne mal folgen. Jordan, die Flame heißt der da, oder Le Flame. Auf jeden Fall sehr, sehr netter Typ. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Auch er hat das Trikot natürlich signiert und unterschreiben lassen. Hier sieht man das hier? Ja, hier ist ein bisschen... Also sollte man nicht zu oft waschen. Hier ist die Unterschrift. Ja, vielen, vielen Dank an der Stelle. Also wenn ihr da ein Jordan-Trikot gewinnen könntet, würde ich mir eher aufhängen, als dass ich es tragen würde, wenn da eine Unterschrift drauf ist. Auch da vielen Dank für den Support, mein lieber Jordan. Dann haben wir noch... Das ist für die Verlosung für unsere Mods, also für die Moderator. Sieben an der Zahl. Das ist echt eine coole Sache und das soll ein extra Dankeschön sein, dass sie ein bisschen mehr Gewinnchance haben, weil die mich ja auch immer unterstützen, ob es jetzt Dennis ist, ob es ein Tico ist, jetzt nicht, dass ich gleich einen vergesse, es ist Geldavi, Elia, Diesel. Ach, ich werde bestimmt einen vergessen. Ich bin so schlecht in Namen merken und irgendwelche Leute aufzählen. Ich habe bestimmt jemanden vergessen. Ey, sorry, an denen ich nicht vergessen habe, dich liebe ich noch mehr. Als kleines Dankeschön für euch eine ein bisschen größere Gewinnchance, dass ihr auch was gewinnen könnt, ist ein Match-Worn-Trikot aus der letzten Saison und das wird es wahrscheinlich nie wieder so geben. Ist auch ein sehr schönes Trikot hier noch mit diesem Aha von Corona drauf. Was ist hinten drauf? Von wem ist es vor allem und welche Größe hat es eigentlich? Das weiß ich selber gar nicht. Steht hier gar nicht drauf, glaube ich, weil es Match-Worn ist. Größe L. Match-Worn hat ja immer noch so ein paar andere Accessoires, die man so nicht kaufen kann. Es ist mit Marthorn da, so ein Match-Worn-Trikot von Marthorn da mit seiner Unterschrift. Also wenn man das gewinnt, liebe Motz, das muss man sich auf jeden Fall einrahmen und aufhängen. Da werdet ihr ja blöd, wenn ihr das anzieht und waschen lässt. Also richtig, richtig geil. Würde ich mich selber freuen. Ich hätte das ja auch selber behalten können. Also ich hätte für sowas mehrere hundert Euro ausgegeben. Finde ich richtig geil. Danke an Marthorn an der Stelle und viel Spaß damit. Dann haben wir noch ein Trikot. Das ist jetzt gerade noch in der Bearbeitung. Das habe ich auch gekauft. Das ist ebenfalls das Auswärts-Trikot in XL. Also das Dunkelblaue von dieser Saison. Da haben wir hinten drauf Mitti. Also Mitti steht natürlich. Da warte ich noch drauf, weil ich ihn leider noch nicht persönlich treffen konnte. Im Gegensatz zu den anderen, dass er mir das unterzeichnet. Da hilft mir der Fanshop ein bisschen und das wird er die Woche wahrscheinlich noch unterzeichnen. Das wird der vierte Gewinn beziehungsweise der dritte für die Community. Der vierte insgesamt. Was ist Nr. 5? Nr. 5 ist was ganz Besonderes und zwar ein Match-Warn-Trikot. Jetzt werdet ihr euch fragen, was ist das denn? Von Gent. Gent Match-Warn-Trikot. Jetzt müsste ich noch mal nachfragen, in welcher Partie er das getragen hat. Ich weiß auf jeden Fall, es ist aus einer Conference-League-Partie. Von unserem Jordan, der ja den DFB-Pokal, äh, den DFB-Pokal, den Pokal, den belgischen Pokal dort gewonnen hat. Hat uns eins überlassen. Also ein originales Match-Warn-Trikot. Richtig cool. Aus der Pro-League. Ja, Gent hinten drauf mit Torunariga. Die haben immer ein bisschen mehr Werbung drauf. Und hier seht ihr noch seine Unterschrift. Also auch das. Ein richtig geiles Sammlerstück, was man sich aufhängen sollte. Und wehe, ich finde das bei Ebay oder so, dann wäre ich wirklich sauer und würde denjenigen, auch wenn er Geld braucht, dann wird derjenige bei mir gebannt. Das fände ich eine Frechheit, weil ohne mich hätte er das ja gar nicht. Ja, und als letztes auch nochmal was ganz Besonderes. Wahrscheinlich bald schon Kult-Antiken-Status, weil es es wahrscheinlich gar nicht mehr geben wird. Ein weiteres Match-Warn-Trikot in Größe, was haben wir hier? Auch XL. Ihr seht es schon. Es ist ein Schwolo. Nein, doch nicht. Es ist kein Schwolo-Trikot. Es ist ein Marcel-Lotga-Trikot. Der alte Ehrenmann, Edelmann. Ich hoffe natürlich immer noch, dass er bleibt, auch wenn es einfach nur unrealistisch ist. Wir sind einfach selber Idioten. Aber auch das haben wir hier am Start und auch das würde ich mir natürlich aufhängen. Das ist ein, ja, es ist ein Match-Warn-Trikot und es, ey, bin ich bescheuert? Habe ich das gar nicht unterschreiben lassen? Das hole ich noch nach. Es ist nicht unterschrieben, das hole ich noch nach. Das wird er noch unterschreiben. Habe ich jetzt letztes Mal irgendwie, warum auch immer, vergessen. Ja, es ist ein Match-Warn-Trikot. Er hat es extra nicht waschen lassen. Hier sind nämlich noch die ganzen Grasflecken drauf. Es ist auch ein Glückstrikot, weil er hat es getragen im Spiel gegen die Stuttgarter, wo wir 2-0 gewonnen haben, zu 0 gehalten. Das ist auch ein gutes Omen, wenn man das gegen Mainz verteilt. Hier sieht man noch ein paar Grasflecken. Könnt ihr euch überlegen, ob ihr das waschen wollt oder nicht. Ich werde es auf jeden Fall noch unterschreiben lassen, muss ich direkt dran denken, ey, ich bin auch so verpeilt. Ja, das ist Gewinn Nummer 5, respektive Nummer 6. Also ich weiß gar nicht, wie ich so ein Gewinnspiel beziehungsweise so ein Giveaway beziehungsweise so ein Dankeschön überhaupt jemals ansatzweise nochmal so krass gestalten soll oder so toppen kann. Aber ich dachte mir, wenn ich gerade die Möglichkeit habe, dann mache ich es auch. Ich hoffe, das sind für euch auch geile Sachen zum Gewinnen und ihr seid Donnerstag alle dabei. Und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Restsonntag. Macht's gut, ihr Edelmänner. Wir sehen uns morgen 21.30 Uhr auf Twitch. Natürlich gibt es auch morgen ein neues YouTube-Video. Und ich überlege mal, ob ich morgen oder heute noch meine Ausraster zusammenstelle. Außer im Spiel gegen Bielefeld. Ansonsten, wir schaffen es schon irgendwie in der Liga zu bleiben. Macht's gut, ihr Edelmänner und Edeldamen. Hau he! Hau he! Hau he! Hau he! Hau he!